Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Showcase-Modus hier in WWE 2K90. Letzte Ausgabe ging es gegen John Cena, heute geht es gegen Chris Jericho 2010 bei NXT. Ich bin gespannt Leute. Stimmt, ja? Es ist wie meine Freundin Brie sagt, wenn alles einfach für mich wäre, würde ich Daniel Bryan sein. Aber bevor ich konnte Daniel Bryan sein, war ich Bryan Danielson. Und als Bryan Danielson, habe ich ziemlich die Runde durch die Indies. Over den Kursen seit 7 Jahren, habe ich meine erste World Championship gewonnen. Und hatte einige fantastische Spiele gegen die Leute, die zu werden, wie Seth Rollins, Cesaro. All sorts of Leute, all over die Welt. A lot of hardcore fans even say these were some of the best matches of my career. Personally, I credit these matches and opponents for helping me build the foundation I would later need to make it as a WWE Superstar. Fans on the Indie scene weren't the only ones who took notice. Because in 2010, WWE re-signed me and Daniel Bryan was officially born. My name is Daniel Bryan. I've been wrestling all over the world. And finally, finally, I have an opportunity here in the WWE. Although much like childbirth, as I've heard from my wife, this was also a somewhat painful experience. I came back as part of NXT, which wasn't like the NXT that you know and love today. At the time, NXT was a reality show with rookies and pro mentors. Unfortunately, my pro was The Miz. People will say that you're great, that you're a star, that you're ready for the WWE. You think you're ready? Yes. Yes, I do. But one thing you have to learn about the WWE is you have to expect anything. I guess The Miz is mine, beating a little bit of respect into his NXT rookie. Believe it or not, we didn't get along very well back then either. I think the most ridiculous thing we had to do in NXT was the obstacle course. Okay, so you're going to do the monkey bars. Then we go in the ring and juggle. Juggle. Then you're going to see how fast you can drink soda. Side note, it was actually supposed to be a hot dog eating contest. When they realized I was vegan and they didn't have any vegan hot dogs, they turned it into a soda drinking contest. I didn't know vegans could drink soda. I didn't drink it all. I hadn't drank any soda in years. Think, watching that on TV, a grown man just drinking soda from a cup. That's it. Despite that, I did have the tremendous opportunity to show the WWE Universe what I was capable of when I got to face the World Heavyweight Champion, Chris Jericho. I loved watching Chris Jericho from the time I was in high school. The stuff that he did in WCW. Being able to go against the World Champion on NXT on the first show. Win, lose, draw. That elevates you. And I was very thankful for that opportunity. Okay, dann legen wir mal los. Chris Jericho, für mich auf jeden Fall ein greatest of all time guy, das sag ich euch. So, wir legen hier einfach mal los, ne? Führer, ein Laufangriff von vorne gegen einen stehenden Chris Jericho im Ring aus. Ein Laufangriff. Na dann. Führer, ein Lauf. Warte mal, ich muss den erstmal zu holen. Führer, ein Laufangriff gegen einen nach vorne blickenden Chris Jericho in der Ecke aus. Okay. Man muss das dann noch erstmal alles so ein bisschen lesen können, ne? Leute, ich liebe diesen Showcase-Modus jetzt schon. Ohne Scheiß, ey. Und das sollte jedes Jahr wieder gemacht werden. Oh, oh. Komm mal her hier, Chris. Ich liebe dich, aber das muss jetzt sein. Sehr schön. Sehr schön. Das läuft hier. Für ein Laufangriff nach vorne gegen einen stehenden Chris Jericho aus. Okay, dann gehe ich erstmal raus. Covered Chris Jericho für den Punkt. Okay. Das machen wir doch glatt. Ich wollte jetzt eigentlich meinen Signature machen. Hat den jetzt aber nicht so interessiert. Freundchen. Scheiße. Ich habe doch eigentlich abgewehrt. Das Timing, das musst du halt immer wieder hinkriegen, ne? Eigentlich abgewehrt. Ey, was ist denn jetzt los hier? Jetzt ist der Wurm drin hier. Den Chris, der nimmt hier den Ring gemütlich auseinander. Und wir haben hier Probleme. Oh, da nutze ich extra mein Payback. Ey, leck mich am Arsch. Ah, jetzt reicht es langsam. Jetzt reicht es langsam. Hast du ein Glück, mein Freund. Oh, jetzt geht es hier wieder los. Was ist das hier los? Oh, oh. Sehr geil. Wirf Chris Jericho. Warte mal. Wir machen hier erstmal nochmal einen Angriff. Was steht dort denn? Ich führe April aus dem Sprungangriff gegen Chris Jericho. Okay, dann machen wir das. Warum tut er das nicht? Scheiße. So, jetzt mach das doch bitte mal. Ey, der macht mich wahnsinnig. Aus ein Sprungbrettangriff. Sprungbrettangriff? Scheiße. Es war doch hier... Ach so, da warte mal. Warte mal, warte mal. Ich weiß, wie er es mäht. Alles klar. Wir machen das alles klar. Jetzt weh es nicht, was er mit. Oh, man muss da noch erstmal schalten, Leute. Rein mit ihm. Jetzt machen wir das so. Alles klar. Oh, die Walls auf Jericho. Oh, boy. This one's over now. Roll him into the walls of Jericho. Tap him out, Chris. Bryce trying to fight it. Rolls through. What a counter by the technician there. Oh, my God. Heelhook is in. Jericho's in trouble. Jericho try it. Is he going to tap? Is he going to tap? He may have no choice. He made it to the bottom rope. Der Blick, teardig. You've got to be impressed, Michael, from what we're seeing from Daniel Bryan. Daniel, you haven't yet, Byron? Daniel Bryan thinks he... Oh. You can't allow a veteran like Jericho any time to recover. You're right, Corey. That was a rookie move. And now he's going to pay for it, Byron. That very well may be the case, Michael. This loser's going to lose again. Lion tamer. Can Bryan hold on? Tap out, nerd. Das war's. You got your wish, Cole. Daniel Bryan fought valiantly, but just couldn't hang with the champion. Yeah, this time... Jericho! The experience was just too much for Daniel Bryan. And listen, Miz has got to be so disappointed and I don't blame him. Luck of the draw, Miz got this loser. And so Miz geht los. And now Miz a little bit of tough love here. Tough love? Give me a break. Tough love. This is ridiculous. Miz is obviously frustrated with his star pupil. Oh yeah, so you're frustrated, so that's okay. Now you can beat him up. Yeah, start with the Miz. I love it. Das war's, Lars. Oh, was haben wir da? Neue Inhalte, World Heavyweight Championship, Chris Jericho 2010 und Daniel Bryan 2010. Und die NXT 2010 Arena. Ja, sehr geil. Leute, geht vorwärts. Das soll's wieder für heute gewesen sein. War wieder ein schönes Ding gewesen gegen Chris Jericho. Bisschen Schwierigkeiten bei DM hier. Das Problem liegt meistens zwischen die Ohren. Ihr kennt das, Leute. Aber ich danke euch wieder vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und würde einfach mal sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.